Der Narr liest, der Mazarinstein, ein Sherlock-Holmes-Kriminalabenteuer von Sir Arthur Conan Doyle. Dr. Watson freute sich, wieder einmal in der Baker Street zu weilen, in dem unordentlichen Zimmer, im ersten Stock, dem Ausgangspunkt so vieler bemerkenswerter Abenteuer. Er sah sich um und betrachtete die wissenschaftlichen Tabellen an der Wand, den säurezerfressenen Arbeitstisch mit den Chemikalien, den in der Ecke lehnenden Geigenkasten und den Kohleeimer, der von Alters her die Pfeifen und den Tabak beherbergte. Schließlich traf sein Blick wieder das frische und lächelnde Gesicht von Billy, dem jungen, aber sehr klugen und taktvollen Hausburschen, der die Einsamkeit und Isolation, von welchen die schwermütige Person des großen Detektivs umgeben war, ein wenig über Brücken geholfen hatte. »Es hat sich anscheinend überhaupt nichts verändert, Billy. Und du hast dich auch nicht verändert. Ich hoffe, das lässt sich auch von ihm sagen?« Billy warf einen raschen, etwas besorgten Blick auf die geschlossene Schlafzimmertür. »Ich glaube, er liegt im Bett und schläft«, sagte er. Es war sieben Uhr am Abend eines lieblichen Sommertages, aber Dr. Watson war mit den Unregelmäßigkeiten seines alten Freundes vertraut genug, sodass ihn diese Eröffnung nicht überraschte. »Dann gibt es wohl einen neuen Fall?« »Ja, Sir. Damit ist er zurzeit ganz schwer beschäftigt. Ich habe schon Angst um seine Gesundheit. Er wird immer blasser und dünner, und essen tut er auch nichts.« »Wann wünschen Sie zu speisen, Mr. Holmes?«, fragt Mrs. Hudson. »Übermorgen um 19.30 Uhr«, sagt er. »Sie wissen ja, wie er ist, wenn er sich in einen Fall kniet.« »Ja, Billy, ich weiß. Er ist hinter irgendjemand her. Gestern war er als Handwerker auf Arbeitssuche unterwegs, heute als alte Frau, hat mich ganz schön reingelegt, und ich müsste seine Tricks doch inzwischen kennen.« Billy deutete grinsend auf einen am Sofa lehnenden, völlig verbeulten Sonnenschirm. »Der gehört zur Ausstattung der Alten«, sagte er. »Aber was hat das alles zu bedeuten, Billy?« Billy senkte die Stimme, wie jemand, der über die größten Staatsgeheimnisse spricht. »Ihnen kann ich es ja verraten, Sir, aber es sollte unter uns bleiben. Es geht um diesen Fall mit dem Krondiamanten.« »Was? Der Hunderttausend-Fund-Diebstahl?« »Ja, Sir. Man muss ihn unbedingt wiederhaben, Sir. Sie, sogar der Premierminister und der Innenminister waren bei uns und haben auf diesem Sofa da gesessen. Mr. Holmes war sehr freundlich zu Ihnen. Er hat Sie gleich beruhigt und versprochen, dass er alles tun wird, was er kann. Aber da gibt es noch Lord Cantlemere.« »Ah, ja, Sir, Sie wissen, was das heißt. Ein richtiger Steifnacken ist das, wenn ich mal so sagen darf. Mit dem Premierminister kann ich was anfangen. Und ich habe auch nichts gegen den Innenminister. Der hat einen richtig umgänglichen, freundlichen Eindruck gemacht. Aber seine Lordschaft kann ich nicht leiden. Und Mr. Holmes auch nicht, Sir. Wissen Sie, er hat nämlich kein Vertrauen zu Mr. Holmes und war dagegen, ihn zu engagieren. Ihm wäre es eigentlich lieber, wenn er versagt.« »Und Mr. Holmes weiß das? Mr. Holmes weiß immer alles, was man wissen sollte.« »Na, dann wollen wir mal hoffen, dass er nicht versagt und dass Lord Cantlemere sich blamiert. Aber sag mal, Billy, was soll denn der Vorhang da vor dem Fenster? Mr. Holmes hat ihn vor drei Tagen dort aufgehängt. Wir haben was Ulkiges dahinter versteckt.« Billi ging und zog den Vorhang, der die Nische mit dem Bogenfenster verdeckte, zurück. Dr. Watson konnte einen überraschten Ausruf nicht unterdrücken. Dort saß das Faximile seines alten Freundes mit Schlafrock und allem drum und dran, das Gesicht zu drei Vierteln dem Fenster zugewandt und wie in einem unsichtbaren Buch lesend etwas gesenkt, während der Körper tief in einen Sessel versunken war. Billi nahm den Kopf ab und hielt ihn hoch. »Wir drehen ihn in verschiedene Stellungen. Dann wirkt's vielleicht noch lebensechter. Ich trau mich, das Ding nur anzurühren, wenn das Rollo unten ist. Wenn's oben ist, kann man nämlich von der anderen Straßenseite aus alles sehen. So etwas haben wir früher schon einmal verwendet.« »Das war vor meiner Zeit«, sagte Billi. Er zog die Gardinen zurück und lugte hinaus auf die Straße. »Gegenüber sind Leute, die uns beobachten. Jetzt kann ich am Fenster einen Kerl erkennen. Schauen Sie nur.« Watson war einen Schritt vorgetreten, als sich die Schlafzimmertür öffnete und die lange, dünne Gestalt von Holmes zum Vorschein kam. Sein Gesicht wirkte blass und abgespannt, aber Schritt und Haltung waren so lebhaft wie eh und je. Mit einem einzigen Satz war er am Fenster und hatte das Rollo wieder herabgezogen. »Das genügt, Billi«, sagte er. »Du warst nämlich soeben in Lebensgefahr, mein Junge, und ich kann dich jetzt noch nicht entbehren. Na, Watson, schönen Sie wieder einmal in Ihrem alten Quartier zu sehen. Sie kommen allerdings in einem kritischen Augenblick.« »Das habe ich mir schon gedacht.« »Du kannst gehen, Billi. Dieser Junge ist ein Problem, Watson. Inwieweit darf ich zulassen, dass er sich einer Gefahr aussetzt?« »Was für einer Gefahr, Holmes?« »Der des plötzlichen Todes. Ich muss mich heute Abend auf einiges gefasst machen.« »Worauf denn?« »Ermordet zu werden, Watson.« »Nicht doch. Machen Sie keine Scherze, Holmes.« »Selbst mein beschränkter Sinn für Humor brächte bessere Scherze zustande. Aber wir dürfen uns doch die Wartezeit so angenehm wie möglich machen, nicht wahr?« »Ist Alkohol erlaubt?« »Soda, Wasser und Zigarren sind am üblichen Platz.« »Einmal noch möchte ich Sie im altgewohnten Sessel sitzen sehen.« »Sie haben es inzwischen hoffentlich verlernt, meine Pfeife und den erbärmlichen Tabak zu bemäkeln. Das muss mir zurzeit nämlich die Nahrung ersetzen.« »Aber warum essen Sie denn nichts?« »Weil sich durch Fasten die Sinne verfeinern.« »Also, wahrhaftig, mein lieber Watson, Sie als Arzt müssen doch zugeben, dass das, was der Verdauungsapparat durch Blutzufuhr gewinnt, dem entspricht, was dem Gehirn dabei verloren geht.« »Ich bin ein Gehirn, Watson. Der Rest von mir ist bloß ein Anhängsel. Daher gilt meine Rücksicht nur dem Gehirn.« »Aber was ist mit dieser Gefahr, Holmes?« »Naja, für den Fall, dass sie Gestalt annehmen sollte, wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie Ihr Gedächtnis mit Name und Adresse des Mörders belasten würden. Beides können Sie dann in Scotland Yard weiterleiten mit freundlichem Gruß und einem Abschiedssegen.« »Silvius lautet der Name.« »Graf Negretto Silvius.« »Schreiben Sie ihn auf, Mann, schreiben Sie ihn auf.« »136 Moorside Gardens N.W. Haben Sie das?« Watsons ehrliches Gesicht bebte vor Sorge. Die immensen Risiken, die Holmes einzugehen pflegte, kannte er nur allzu gut. Er wußte recht wohl, dass das, was er sagte, wahrscheinlich eher eine Untertreibung, denn eine Übertreibung war. Gleichwohl war Watson immer ein Mann der Tat und zeigte sich auch jetzt der Situation gewachsen. »Sie können auf mich zählen, Holmes. Die nächsten ein, zwei Tage habe ich sowieso nichts zu tun. Ihre Moral hat sich nicht gerade gebessert, Watson. Zu Ihren übrigen Lastern kommt nun auch noch das Flunkern hinzu, denn Sie weisen alle Merkmale des beschäftigten Arztes auf, der andauernd konsultiert wird.« »So dringende Fälle sind nicht dabei. Aber können Sie denn diesen Burschen nicht festnehmen lassen?« »Doch, Watson, natürlich, und genau das plagt ihn ja so.« »Aber warum tun Sie es dann nicht?« »Weil ich nicht weiß, wo der Diamant ist.« »Ah, Billy hat mir davon erzählt, das fehlende Kronjuwel.« »Ja, der große gelbe Mazarinstein.« »Mein Netz ist ausgeworfen und meine Fische sind gefangen, aber den Stein habe ich nicht erwischt.« »Welchen Sinn hätte es, die Leute festzunehmen?« »Freilich können wir die Welt etwas wohnlicher machen, indem wir die Burschen ins Gefängnis stecken.« »Aber darauf bin ich nicht aus. Ich will nur den Stein.« »Und ist dieser Graf Silvius einer von ihren Fischen?« »Ja.« »Und er ist ein Hai.« »Er schnappt zu.« »Der andere ist Sam Merton, der Boxer.« »Eigentlich kein übler Bursche, dieser Sam, aber ein Handlanger des Grafen.« »Sam ist kein Hai, er ist nur ein unsagbar einfältiger, dickköpfiger Plattfisch.« »Gleichwohl zappelt auch er schon in meinem Netz.« »Wo hält sich dieser Graf Silvius auf?« »Ich bin ihm den ganzen Morgen über nicht von der Seite gewichen.« »Sie haben mich ja schon als alte Lady erlebt, Watson. Noch nie war ich überzeugender.« »Einmal hat er mir sogar meinen Sonnenschirm aufgehoben.« »Sie gestatten, Madame«, hat er gesagt. »Er ist nämlich Halbitaliener, müssen Sie wissen.« »Bei guter Laune von südlicher Grandezza, bei schlechter jedoch ein Teufel in Menschengestalt.« »Das Leben steckt voller Schnurren, Watson.« »Es hätte aber auch eine Tragödie draus werden können?« »Nun ja, vielleicht. Jedenfalls bin ich ihm in die Minoris gefolgt, zur Werkstatt des alten Staubensee.« »Staubensee hat das Luftgewehr hergestellt, ein herrlich gearbeitetes Stück, wie ich höre.« »Und ich nehme fast an, dass es sich eben jetzt hinter dem gegenüberliegenden Fenster befindet.« »Haben Sie schon die Attrappe gesehen?« »Natürlich. Billy hat sie Ihnen ja gezeigt.« »Tja, wahrscheinlich bekommt sie jeden Moment eine Kugel durch Ihr schönes Köpfchen.« »Ah, Billy, was gibt's?« Der Junge war wieder im Zimmer erschienen. Auf seinem Tablett lag eine Karte. Holmes betrachtete sie kurz mit emporgezogenen Augenbrauen und amüsiertem Lächeln. »Der Herr höchstselbst!« »Das hätte ich allerdings kaum erwartet. Immer den Stier bei den Hörnern packen, Watson.« »Der Mann hat Mut. Vielleicht haben Sie von seinem Ruf als Großwildschütze schon gehört. Es wäre in der Tat ein triumphaler Abschluss seiner exzellenten Jägerkarriere, wenn er seinen Trophäen auch noch mich hinzufügen könnte. Das beweist freilich, dass er spürt, wie überaus dicht ich ihm auf den Fersen bin.« »Schicken Sie ihn nach der Polizei?« »Vielleicht später. Aber noch nicht jetzt. Würden Sie bitte einmal vorsichtig aus dem Fenster schauen, Watson, und nachsehen, ob sich jemand auf der Straße herumtreibt.« Behutsam lugte Watson um den Rand des Vorhangs. »Ja, ein grobschlechtiger Bursche steht in der Nähe der Tür. Das wird Sam Merton sein. Der getreue, aber ziemlich beschränkte Sam. Wo wartet denn dieser Gentleman, Billy?« »Im Vorzimmer, Sir.« »Für ihn herein, wenn ich läute.« »Ja, Sir.« »Auch wenn ich nicht im Zimmer bin, für ihn trotzdem herein.« »Ja, Sir.« Watson wartete, bis die Tür wieder geschlossen war. Dann wandte er sich mit ernstem Blick Holmes zu. »Hören Sie, Holmes, das ist schlichtweg unverantwortlich. Dieser Mann ist verzweifelt und zu allem entschlossen. Womöglich ist er gekommen, um Sie umzubringen. Das würde mich nicht überraschen. Ich bestehe darauf, bei Ihnen zu bleiben. Sie würden nur schrecklich im Weg stehen.« »Ihm?« »Nein, mein lieber Freund, mir. Trotzdem, ich kann Sie unmöglich allein lassen.« »Doch, das können Sie, Watson. Und das werden Sie, denn bis jetzt haben Sie die Spielregeln immer beachtet. Ich bin sicher, Sie werden bis zuletzt mitspielen. Dieser Mann ist gekommen, um seine Pläne zu verwirklichen, aber er wird bleiben, um den meinen zu dienen.« Holmes zückte sein Notizbuch und kritzelte ein paar Zeilen. »Nehmen Sie einen Wagen zu Scotland Yard und übergeben Sie das Jogal vom CID. Dann kommen Sie mit der Polizei wieder her. Anschließend wird der Bursche festgenommen.« »Mit Vergnügen! Vor Ihrer Rückkunft bleibt mir vermutlich gerade noch genügend Zeit, um herauszufinden, wo sich der Stein befindet.« Er klingelte. »Ich glaube, wir verschwinden durchs Schlafzimmer. Dieser zweite Ausgang ist ungemein praktisch. Es wäre mir ganz lieb, meinen Heid zu beobachten, ohne dass er mich sieht. Ich habe da, wie Sie sich erinnern werden, so meine eigenen Methoden.« So war es denn ein leeres Zimmer, in welches Billy eine Minute später den Grafen Silvius geleitete. Der berühmte Großwildjäger, Spieler und Lebemann war ein großer, dunkelhäutiger Bursche mit einer langen, gebogenen Nase. Sie überragte wie ein Adlerschnabel den gewaltigen, dunklen Schnauzbart, der einen grausamen, dünnlippigen Mund umschattete. Er war gut gekleidet, aber seine schillernde Krawatte, die funkelnde Anstecknadel und seine glitzernden Ringe wirkten überladen. Als sich die Tür hinter ihm schloss, sah er sich mit wildem, aufgescheuchtem Blick um, wie jemand, der in jeder Ecke eine Falle arg wöhnt. Dann fuhr er heftig zusammen, als er den reglosen Kopf und den Kragen des Schlafrocks bemerkte, die über die Lehne des Sessels am Fenster ragten. Zunächst malte sich schiere Verblüffung auf seiner Miene, dann glomm in seinen dunklen, mordgierigen Augen das Licht einer grässlichen Hoffnung. Noch einmal sah er sich hastig um, ob auch keine Zeugen anwesend seien, dann schlich er auf Zehenspitzen, seinen dicken Stock halb erhoben, an die stille Gestalt heran. Schon duckte er sich zum letzten Sprung und schlag, als eine kühle, sardonische Stimme ihn von der geöffneten Schlafzimmertür her ansprach. »Machen Sie es nicht kaputt, Graf, machen Sie es nicht kaputt!« Der Meuchelmörder taumelte zurück, Bestürzung im verzerrten Gesicht. Einen Moment lang hob er noch einmal seinen bleigefüllten Stock halb in die Höhe, als ob er seine Zerstörungswut vom Abbild auf das Original lenken wollte, aber irgendetwas in jenen festen, grauen Augen und dem spöttischen Lächeln veranlaßte ihn, die Hand sinken zu lassen. »Ein hübsches kleines Ding, nicht wahr?« sagte Holmes. Er schritt auf die Nachbildung zu, geschaffen von Tavernier, dem französischen Modelleur. Er versteht sich auf Wachsfiguren, so gut wie Ihr Freund schrauben Sie auf Luftgewehre. »Luftgewehre, Sir! Was meinen Sie damit?« »Legen Sie doch Hut und Stock auf den Seitentisch ab, bitte nehmen Sie Platz. Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihre Pistole ebenfalls abzulegen? Oh, wenn Sie es vorziehen, darauf zu sitzen, bitte sehr. Ihr Besuch kommt mir wirklich höchst gelegen. Ich hatte ohnehin das dringende Bedürfnis, ein paar Minuten mit Ihnen zu plaudern.« Der Graf schaute finster drein mit drohend zusammengezogenen Augenbrauen. »Auch, ich wollte mich ein wenig mit Ihnen unterhalten, Holmes. Deswegen bin ich ja hier. Ich kann allerdings nicht leugnen, dass ich eben noch vorhatte, über Sie herzufallen.« Holmes schwang ein Bein auf die Tischkante. »Ich dachte mir fast, dass Sie etwas derartiges im Sinn hätten,« sagte er. »Aber warum diese persönlichen Aufmerksamkeiten?« »Weil Sie mich zu sehr belästigt haben, weil Sie Ihre Handlanger auf mich angesetzt haben.« »Meine Handlanger, ich versichere Ihnen, nein. Unsinn! Ich habe die Leute doch beschatten lassen. Sie sind nicht der Einzige, der diese Art von Spielchen beherrscht, Holmes.« »Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, Graf Silvius, aber vielleicht hätten Sie die Güte, sich mir gegenüber einer korrekten Anrede zu befleißigen. Sie sehen sich ja ein, dass ich sonst bei meinen Arbeitsgeflogenheiten bald mit dem halben Verbrecheralbum auf vertrauten Fuß stünde und werden mir zustimmen, dass Ausnahmen nur Neid erringen.« »Na schön, dann eben Mr. Holmes«, ausgezeichnet. »Doch ich versichere Ihnen, was meine angeblichen Agenten betrifft, so irren Sie sich.« Graf Silvius lachte abfällig. »Andere können genauso gut beobachten wie Sie. Gestern war es ein alter Sportsfreund, heute eine ältliche Frau. Sie haben mich den ganzen Tag über nicht aus den Augen gelassen.« »Also wirklich, Sir, Sie schmeicheln mir. In der Nacht, bevor man Ihnen hängte, sagte der alte Baron Dawson, in meinem Fall habe das Gesetz gewonnen, was der Bühne verloren gegangen sei. Und nun zollen auch Sie meinen kleinen schauspielerischen Darbietungen so freundliches Lob.« »Das waren Sie selbst?« Holmes zuckte mit den Achseln. »Hier in der Ecke sehen Sie den Sonnenschirm, den Sie mir in den Minoris so galant aufgehoben haben, ehe Sie anfingen, Verdacht zu schöpfen. Wenn ich das gewusst hätte, wären Sie nie...« »Wieder in dieses bescheidene Domizil zurückgekehrt, dessen bin ich mir wohl bewusst. Wir alle trauern verpassten Gelegenheit nach. Sie haben es nun einmal nicht gewusst, und somit sitzen wir hier.« Die gerunzelten Brauen des Grafen zogen sich noch dichter über den drohenden Augen zusammen. »Was Sie da sagen, macht die Sache nur noch schlimmer. Es waren nicht Ihre Agenten, sondern der schauspielernde Naseweis persönlich. Sie geben also zu, dass Sie mir nachspioniert haben. Warum?« »Ich bitte Sie, Graf, Sie haben doch früher in Algerien Löwen geschossen.« »Ja, und?« »Weshalb wohl?« »Weshalb?« »Na, der Spaß, die Erregung, die Gefahr.« »Und ohne Zweifel auch, um das Land von einer Plage zu befreien.« »Genau!« »Kurz und gut. Meine eigenen Beweggründe.« Der Graf fuhr hoch, und seine Hand zuckte unwillkürlich zur Hüfttasche. »Setzen Sie sich, Sir, setzen Sie sich. Es gab noch einen weiteren eher praktischen Grund. Ich will diesen gelben Diamanten.« Graf Silvius lehnte sich boshaft lächelnd in den Stuhl zurück. »Jetzt bin ich aber sprachlos,« sagte er. »Sie wissen genau, dass ich deswegen hinter Ihnen her bin. Heute Abend sind Sie eigentlich nur hierher gekommen, um herauszufinden, wie viel ich über die Sache weiß und ob es unbedingt nötig ist, mich zu beseitigen. Nun, von Ihrem Standpunkt aus betrachtet würde ich sagen, es ist unbedingt nötig. »Ich weiß nämlich alles darüber, außer einer einzigen Kleinigkeit, die Sie mir freilich gleich verraten werden.« »Ach, tatsächlich! Und welches, bitte schön, wäre diese fehlende Kleinigkeit?« »Der Ort, wo sich der Kronendiamant jetzt befindet.« Der Graf sah sein Gegenüber scharf an. »Oh, das möchten Sie wissen, ja. Und wie zum Teufel soll ich Ihnen das sagen können?« »Sie können. Und Sie werden.« »Ach, wirklich!« »Sie können mich nicht lafen, Graf Silvius.« Während Holmes ihn unverwandt anschaute, verengten sich seine Augen und blitzten, bis sie zwei drohenden Stahlspitzen glichen. »Sie sind so durchsichtig wie Spiegelglas. Ich kann bis auf den tiefsten Grund Ihrer Gedanken blicken.« »Dann sehen Sie natürlich auch, wo sich der Diamant befindet.« Holmes klatschte vergnügt in die Hände. Dann richtete er spöttisch den Zeigefinger auf den Grafen. »Sie wissen es also. Eben haben Sie es zugegeben.« »Ich gebe gar nichts zu.« »Kommen Sie, Graf, wenn Sie vernünftig sind, können wir ein Geschäft miteinander machen. Wenn nicht, wird es nur zu Ihrem Schaden sein.« Graf Silvius verdrehte die Augen zur Zimmerdecke. »Und Sie reden von Bluff?« sagte er. Holmes betrachtete ihn nachdenklich wie einen meisterlichen Schachspieler, der über seinen entscheidenden letzten Zug nachsinnt. Dann öffnete er die Tischschublade und zog ein kleines, dickes Notizbuch hervor. »Wissen Sie, was ich in diesem Buch festhalte?« »Nein, Sir, natürlich nicht.« »Sie.« »Mich?« »Ja, Sir.« »Sie.« »Hierin sind Sie voll und ganz enthalten.« »Sie.« 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 »Wir halten.« »Jede Tat Ihres nichtswürdigen und gefährlichen Lebens.« »Der Teufel soll Sie holen, Holmes,« rief der Graf mit flackernden Augen. »Meine Geduld hat Grenzen.« »Es steht alles hier drin, Graf. Die wahren Umstände des Todes der alten Mrs. Harold, die Ihnen den Bleimerbesitz hinterlassen hat, den Sie so schnell wieder verspielten, Sie fantasieren ja. Und die komplette Lebensgeschichte von Miss Minnie Warrender.« »Damit werden Sie nichts anfangen können.« »Wir haben hier noch jede Menge, Graf.« »Hier wäre der Raubüberfall im Luxuszug zur Riviera am 13. Februar 92. Hier im gleichen Jahr. Der gefälschte Scheck, ausgestellt auf den Credit Lyonnais.« »Nein, in dem Fall irren Sie sich.« »Folglich liege ich mit den übrigen richtig.« »Kommen Sie, Graf. Sie sind doch Kartenspieler. Wenn der andere sämtliche Trümpfe in der Hand hält, spart man viel Zeit, wenn man sein Blatt wirft.« »Was? Hat dieses ganze Gerede mit dem Juwel zu tun, von dem Sie gesprochen haben?« sagte Graf. »Bezämen Sie Ihre Ungeduld. Lassen Sie mich auf meine...« »Hausbackene Art und Weise zum Kern der Sache kommen.« »Dieses ganze Material hier habe ich gegen Sie in der Hand. Doch vor allem habe ich sowohl gegen Sie als auch gegen Ihren Schläger. Klare Beweise in Sachen Kronendiamant.« »Ach, wirklich?« »Ich habe den Kutscher, der Sie zur Whitehall gebracht, und den, der Sie wieder weggefahren hat.« »Ich habe den Kommissionär, der Sie in der Nähe der Vitrine gesehen hat.« »Ich habe Ike Sanders, der es ablehnte, Sie für Sie aufzuschneiden.« »Ike hat schon gepfiffen.« »Ich spiele es aus.« Auf der Stirn des Grafen traten die Adern hervor. In unterdrückter Erregung ballten sich konvulsivisch seine dunklen, behaarten Fäuste. Er versuchte zu sprechen, aber die Worte wollten sich nicht bilden. »Das sind die Karten, mit denen ich spiele,« sagte Holmes. »Ich lege sie alle auf den Tisch. Eine fehlt allerdings noch, der Karo König. Ich weiß nicht, wo der Stein ist.« »Das werden Sie auch nie erfahren.« »Nein.« »Kommen Sie. Seien Sie vernünftig, Graf. Bedenken Sie doch einmal Ihre Situation. Man wird Sie zwanzig Jahre einsperren.« »Sam Merton ebenfalls.« »Was kann Ihnen Ihr Diamant da noch nützen?« »Rein gar nichts.« »Wenn Sie ihn jedoch aushändigen.« »Nun.« »Dann werde ich aufgrund erhaltener Entschädigung von einer Anzeige absehen.« »Wir wollen weder Sie noch Sam. Wir wollen den Stein.« »Geben Sie ihn heraus. Dann kommen Sie, sofern es nach mir geht, straffrei davon.« »Vorausgesetzt.« »Sie benehmen sich künftig. Sollten Sie freilich noch einmal einen Fehltritt begehen, ja, dann wird es Ihr letzter sein. Diesmal allerdings lautet mein Auftrag, den Stein zu bekommen, nicht Sie.« »Und wenn ich mich weigere?« »Nun, dann schnappen wir uns leider Sie und nicht den Stein.« Billy war auf einen Leuten hin erschienen. »Ich glaube, es wäre ganz gut, Graf ihren Freund Sam in dieser Konferenz teilnehmen zu lassen. Schließlich sollten auch seine Interessen vertreten werden.« »Billy, vor der Haustür findest du einen großen und hässlichen Gentleman. Bitt ihn, heraufzukommen.« »Und wenn er nicht will, sa?« »Keine Gewalt, Billy, sei nicht grob zu ihm. Wenn du ihm sagst, dass Graf Silvius nach ihm verlangt, wird er mit Sicherheit kommen.« »Was haben Sie denn jetzt vor?« fragte der Graf, als Billy wieder verschwand. »Vor ein paar Minuten war mein Freund Watson bei mir. Ich habe ihm erzählt, dass ich einen Hai und einen Plattfisch im Netz hätte. Jetzt hole ich das Netz ein, und die beiden hängen drin.« Der Graf war aufgestanden, eine Hand hinter dem Rücken. Holmes hielt etwas fest, das aus der Tasche seines Schlafrocks ragte. »Sie sterben bestimmt nicht im Bett, Holmes.« »Desen Gedanken hatte ich auch schon oft. Spielt das eine große Rolle? Ihr eigener Abgang, Graf, dürfte doch auch eher in der Senkrechten als in der Horizontalen erfolgen. Doch dieses Vorgreifen in die Zukunft hat etwas Morbides. Warum geben wir uns nicht ganz zwanglos dem Vergnügen des Augenblicks hin?« In den dunklen, drohenden Augen des meisterlichen Verbrechers glomm plötzlich ein raubtierhafter Funke auf. Holmes' Gestalt schien zu wachsen, als er sich straffte und bereitmachte. »Es hat keinen Zweck, nach der Pistole zu tasten, mein Freund«, sagte er ruhig. »Sie wissen sehr gut, dass Sie es nicht wagen dürfen, von ihr Gebrauch zu machen, selbst wenn ich Ihnen Zeit ließe, sie zu ziehen. Ein garstiges, lautes Ding, so eine Pistole, Graf. Bleiben Sie besser bei den Luftgewehren.« »Ah, ich glaube, ich höre die anmutigen Schritte Ihres schätzbaren Partners. Guten Tag, Mr. Merton. Ziemlich langweilig auf der Straße, nicht?« Der Preisboxer, ein wuchtig gebauter junger Mann mit einem stumpfsinnigen, störrischen, platten Gesicht, stand linkisch an der Tür. Er sah sich mit verwirrter Miene um. Holmes' lässige Höflichkeit war eine neue Erfahrung für ihn. Ob schon er wahrgespürte, dass sie feindselig war, wußte er nicht, wie er ihr begegnen sollte. Er wandte sich an seinen klügeren Gefährten um Hilfe. »Was ist denn nun, Graf? Was will der Kerl? Wie sieht's aus?« Seine Stimme klang tief und rau. Der Graf zuckte mit den Achseln, und die Antwort kam von Holmes. »Wenn ich es auf eine kurze Formel bringen dürfte, Mr. Merton, für Sie sieht's zappenduster aus.« Der Boxer richtete seine Äußerungen noch immer an seinen Bundesgenossen. »Macht der Nachbar hier dann Witze, oder was? Ich hab aber gar keine Lust auf Witze.« »Das hab ich auch nicht erwartet,« sagte Holmes. »Ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, dass Ihnen im weiteren Verlauf des Abends noch weniger nach Scherzen zumute sein wird. Doch nun passen Sie auf, Graf Silvius. Ich bin ein beschäftigter Mann, und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Ich gehe jetzt in dieses Schlafzimmer. Während meiner Abwesenheit fühlen Sie sich bitte ganz viel zu Hause. Dann können Sie Ihrem Freund erklären, wie die Sache steht, ohne sich von meiner Gegenwart hemmen zu lassen. Ich werde mich derweilen mit der Geige an der Hoffmannschen Barcarole versuchen. In fünf Minuten komme ich zurück, um mir Ihre endgültige Antwort anzuhören. Die Entscheidung ist Ihnen doch klar, ja? Nehmen wir sie fest, oder bekommen wir den Stein.« Holmes zog sich zurück. Im Vorbeigehen griff er sich aus der Ecke die Geige. Ein paar Augenblicke später drangen die langgezogenen, klagenden Noten dieser geisterhaftesten aller Melodien leise durch die geschlossene Schlafzimmertür. »Was ist denn los?« fragte Merton besorgt, als sich sein Gefährte ihm zuwandte. »Weiß er was von dem Stein?« »Er weiß viel zu viel davon. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob er nicht alles weiß.« »Ach, du lieber Gott!« Das blässliche Gesicht des Boxers wurde um eine Spur bleicher. »Ike Sanders hat uns verpfiffen!« »Ist das wahr? Dem butter ich Pfund rein, und wenn ich dafür baumeln muss!« »Das wird uns nicht viel helfen. Wir müssen uns klar werden, was zu tun ist.« »Moment mal«, sagte der Boxer. Er blickte argwöhnisch zur Schlafzimmertür. »Das ist ein ganz ausgekochter Nachbar. Den muss man im Auge behalten.« »Lauscht er auch nicht?« »Wie soll er denn lauschen bei der Musik?« »Stimmt. Vielleicht steht dann aber einer hinterm Vorhang. In dem Zimmer hat sowieso zu viele Vorhänge.« Als er sich umschaute, sah er plötzlich zum ersten Mal die Nachbildung am Fenster. Glotzend und mit dem Fingerdeuten stand er da, zu verblüfft, um etwas sagen zu können. »Ach, was? Das ist doch nur eine Attrappe!« sagte der Graf. »Nachgemacht, hä? Ja, dann.« »Schlägt's dreizehn.« »So was hat's nicht mal bei Madame Tussaud.« »Das ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten, mit Rock und allem drum und dran.« »Aber die Vorhänge, Graf!« »Ach, zum Hänkern mit den Vorhängen!« »Wir verschwenden hier nur unsere Zeit, und davon haben wir kein bisschen zu viel.« »Der kann uns ins Loch bringen, wegen diesem Stein.« »Den Teufel kann er.« »Andererseits will er uns aber laufen lassen, wenn wir ihm verraten, wo die Sohre steckt.« »Was?« »Die Sohre schießen lassen?« »Hunderttausend Eier schießen lassen?« »Entweder das eine oder das andere.« Merton kratzte sich den kurzgeschorenen Schädel. »Er ist doch allein da drin.« »Los, wir machen ihn fertig.« »Wenn erst mal sein Licht ausgepustet ist, dann haben wir nichts mehr zu fürchten.« Der Graf schüttelte den Kopf. »Er ist gut befestigt.« »Wenn wir ihn erschießen, gibt es in einer Wohnung wie der hier kaum eine Möglichkeit zu entwischen. Außerdem ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Polizei das ganze Beweismaterial kennt, das er gesammelt hat.« »Hallo! Was war das?« Vom Fenster schien ein unbestimmtes Geräusch zu kommen. Beide Männer wirbelten herum, doch alles war still. Abgesehen von der einen seltsamen Gestalt im Sessel war der Raum zweifellos leer. »Irgendwas auf der Straße«, sagte Merton. »Hören Sie!« »Chef! Für den Krips sind Sie zuständig. Sie können sich bestimmt einen Ausweg ausdenken. Wenn Dresche nichts nutzt, dann sind Sie an der Reihe.« »Ich habe schon besser als ihn reingelegt«, antwortete der Graf. »Der Stein steckt hier in meiner Geheimtasche.« »So riskant, ihn irgendwo rumliegen zu lassen.« »Heute Nacht kann er aus England geschafft und doch vor Sonntag in Amsterdam in vier Stücke geschnitten werden.« »Von Fenster weiß der Kerl nämlich nichts.« »Ich habe gedacht, Van Zetter geht erst nächste Woche.« »Das sollte er auch, aber jetzt muss er mit dem nächsten Schiff abhauen. Einer von uns muss mit dem Stein los in die Lime Street und es ihm sagen.« »Aber der doppelte Boden ist noch nicht fertig.« »Schön.« »Dann muss er ihn eben so mitnehmen und es riskieren. Wir dürfen keine Sekunde verlieren.« Mit jenem Gespür für Gefahr, das sich beim Jäger zum Instinkt entwickelt, hielt er noch einmal inne und warf einen scharfen Blick zum Fenster. Ja, das undeutliche Geräusch war mit Sicherheit von der Straße gekommen. »Was Holmes angeht«, fuhr er fort, »den können wir ziemlich leicht reinlegen, verstehst du? Der Idiot will uns ja nicht festnehmen lassen, wenn er den Stein bekommt. Schön. Versprechen wir ihm eben den Stein. Wir locken ihn auf eine falsche Fährte und noch ehe er merkt, dass es falsch ist, ist der Stein in Holland und...« »Wir sind außer Landes.« »Das hört sich gut an«, rief Sam grinsend. »Du gehst los und sagst dem Holländer, er soll sich beeilen. Ich kümmere mich um diesen Trottel und saug mir ein Geständnis aus den Fingern. Ich werde ihm erzählen, dass sich der Stein in Liverpool befindet. Zum Teufel mit dieser Jammermusik, gegebt mir auf die Nerven. Bis er merkt, dass der Stein gar nicht in Liverpool ist, ist dieser in vier Teile geschnitten und wir sind auf hoher See. Tritt mal etwas zurück aus der Sichtlinie von diesem Schlüsselloch da. Hier ist der Stein.« »Na, Sie es wagen, den so einfach mit sich rumzuschleppen. Wo könnte ich ihn denn sonst noch sicherer aufbewahren? Wenn wir es geschafft haben, ihn aus der Whitehall zu stiehlen, dann bekommt ihn ein anderer bestimmt auch aus meiner Wohnung.« »Ich möchte ihn mir mal anschauen.« Graf Silvius warf seinem Bundesgenossen einen nicht gerade schmeichelhaften Blick zu und ignorierte die ungewaschene Hand, die sich ihm entgegenstreckte. »Was glauben Sie denn, ich will Ihnen den wegschnappen? Hören Sie mal, Mister. So langsam habe ich Ihr Benehmen aber ziemlich satt.« »Schon gut, war nicht so gemein, Sam. Streit können wir uns jetzt wirklich nicht leisten. Komm rüber ans Fenster. Wenn du das Prachtstück richtig sehen willst, jetzt halt ihn hier ans Licht hier.« »Danke.« Er machte eine resignierende Geste. »Sie sind uns über, Holmes. Ich glaube, Sie sind der Teufel in Person.« »Nicht weit von ihm entfernt, auf jeden Fall,« erwiderte Holmes mit einem höflichen Lächeln. Sam Mertens Trägerverstand hatte die Situation nur allmählich erfasst. Als nun von der Treppe draußen das Geräusch schwerer Schritte erschallte, machte er seinem Schweigen schließlich ein Ende. »Jetzt hat's mich erwischt,« sagte er. »Aber sagen Sie mal, was ist denn mit der verflicksten Fiedel los? Ich höre Sie immer noch.« Gab Holmes zurück. »Sie hören vollkommen richtig. Lassen Sie sie nur spielen. Diese modernen Grammophone sind eine bemerkenswerte Erfindung.« Polizisten strömten herein, Handschellen klickten, und die Verbrecher wurden zum wartenden Wagen geführt. Watson blieb noch bei Holmes. Er gratulierte ihm zu dem frischen Blatt an seinem Lorbeerkranz. Ihre Unterhaltung wurde jedoch abermals von dem unerschütterlichen Billy mit seinem Kartentablett unterbrochen. »Lord Cantlemere, Sir.« »Für ihn herein, Billy. Das ist der berühmte Pier, der die allerhöchsten Interessen vertritt,« sagte Holmes. »Er ist eine hervorragende und rechtschaffende Persönlichkeit, gehört aber noch ziemlich der alten Schule an. Wollen wir ihn etwas aus der Reserve locken und uns eine winzige Freiheit herausnehmen? Er weiß vermutlich noch nichts von den jüngsten Ereignissen.« Die Tür öffnete sich, um eine dünne, asketische Gestalt mit scharf geschnittenem Gesicht hereinzulassen. Der herabhängende Backenbart, im Stil der mittleren viktorianischen Zeit, war von schimmernder Schwärze. Er passte nicht zurecht zu den gerundeten Schultern und dem kraftlosen Gang. Holmes trat freundlich vor und schüttelte eine teilnahmslose Hand. »Hier geht es Ihnen, Lord Cantlemere. Es kühlt für diese Jahreszeit aber. Dafür ist es drinnen ziemlich warm. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen?« »Nein, danke. Ich möchte nicht ablegen.« Holmes legte ihm beschwörend die Hand auf den Ärmel. »Bitte erlauben Sie. Mein Freund Dr. Watson wird Ihnen bestätigen, dass solche Temperaturwechsel höchst heimtückisch sind.« Seine Lordschaft machte sich etwas ungeduldig los. »Ich befinde mich ganz wohl, Sir. Ich habe nicht das Bedürfnis zu bleiben. Ich habe lediglich hereingeschaut, um festzustellen, wie Sie mit Ihrer selbst erwählten Aufgabe vorankommen.« »Sie ist schwierig, sehr schwierig.« »Dass Sie zu diesem Befund gelangen, habe ich befürchtet.« Ein leiser Spott lag in den Worten und im Gebaren des alten Höflings. »Jeder Mann stößt einmal an seine Grenzen, Mr. Holmes, aber das kuriert uns von der Schwäche der Selbstzufriedenheit.« »Ja, Sir, ich bin mittlerweile höchst verwirrt.« »Zweifellos.« »Besonders in einem Punkt. Möglicherweise könnten Sie mir darin weiterhelfen.« »Ihre Bitte um Rat kommt ein bisschen spät. Ich dachte, Sie verfügen über eigene, unfehlbare Methoden. Gleichwohl bin ich bereit, Ihnen zu helfen.« »Sehen Sie, Lord Candlemare, die eigentlichen Diebe können wir ohne Zweifel unter Anklage stellen.« »Sobald Sie sie gefangen haben.« »Genau. Aber die Frage lautet, wie sollen wir gegen den Hehler vorgehen?« »Ist es dazu nicht etwas zu früh?« »Man tut immer gut, daran vorauszuplanen. Also, was wäre nach Ihrem Dafürhalten ein schlüssiger Beweis gegen den Hehler?« »Der tatsächliche Besitz des Steines.« »Sie würden ihn daraufhin festnehmen. Ohn jeden Zweifel.« Holmes lachte selten, aber, soweit sich sein alter Freund Watson erinnern konnte, war er noch nie so nahe dran, herauszuplatzen. »In diesem Fall, mein lieber Sir, sehe ich mich in die schmerzliche Notwendigkeit versetzt, Ihre Festnahme zu empfehlen.« Lord Candlemare war sehr verärgert. Auf den gleichen Wangen flackerte etwas von seinem alten Feuer auf. »Sie nehmen sich allerhand heraus, Mr. Holmes. In den fünfzig Jahren meiner Amtszeit kann ich mich keines solchen Vorkommnisses entsinnen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Sir, von wichtigen Geschäften in Anspruch genommen, und ich habe weder Zeit noch Sinn für alberne Scherze. Ich will Ihnen offen sagen, Sir, dass ich an Ihre Fähigkeit nie geglaubt habe und immer der Ansicht war, dass diese Angelegenheit in den Händen der regulären Polizei weit besser aufgehoben wäre. Meine Meinung wird durch Ihr Verhalten voll und ganz bestätigt. Ich habe die Ehre, Sir, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen. Holmes hatte rasch seinen Standort gewechselt und befand sich nun zwischen dem Pier und der Tür. »Ein Moment, Sir«, sagte er, »sich jetzt mit dem Mazarinstein davonzumachen, wäre ein größeres Vergehen, als ihn nur zeitweilig in Besitz zu haben.« »Sir, das ist unerträglich. Lassen Sie mich vorbei.« »Stecken Sie noch einmal Ihre Hand in die rechte Manteltasche.« »Was soll das, Sir?« »Na los, nur zu. Tun Sie, worum ich Sie bitte.« Einen Augenblick später stand der verdutzte Pier blinzelnd und stammelnd da den großen gelben Stein in der zitternden Hand. »Was? Was? Wie ist das möglich, Mr. Holmes?« »Ach je, Lord Cantlemere, ach je«, rief Holmes, »mein alter Freund Watson hier kann Ihnen ein Lied singen, von meiner garstigen Angewohnheit, handfeste Späße zu machen. Außerdem davon, dass ich einer dramatischen Situation nicht einfach widerstehen kann. Ich habe mir die Freiheit genommen, die sehr große Freiheit, wie ich zugebe, Ihnen den Stein zu Beginn unserer Unterhaltung in die Tasche zu stecken.« Der alte Pier starrte von dem Stein auf das lächelnde Gesicht vor ihm. »Sir, ich bin verwirrt, aber doch. Es ist tatsächlich der Mazarinstein. Wir stehen tief in Ihrer Schuld, Mr. Holmes. Ihr sind für Humor, mag, wie Sie selbst einräumen, ein wenig verdreht sein und sich bemerkenswert unzeitig entfalten. Doch zumindest nehme ich alles zurück, was ich über Ihre erstaunlichen beruflichen Fähigkeiten geäußert habe. Aber wie?« Der Fall ist erst zur Hälfte abgeschlossen, doch die Details können warten. Der Genuss, Lord Cantlemere in den erlauchten Kreisen, in die Sie zurückkehren vom glücklichen Ausgang der Geschichte erzählen zu können, wird Sie für meinen handfesten Spaß zweifellos ein wenig entschädigen. »Billy, du führst seine Lordschaft hinaus und richtest Mrs. Hudson aus. Ich wäre ihr dankbar, wenn sie so bald wie möglich ein Abendessen für zwei Personen heraufschicken würde.« Untertitelung des ZDF, 2020